Wir haben hier noch ein bisschen viel Spaß gemacht. Und hier aus geht's. Und ohne dies natürlich mehr in seinem Auto, allein von der Leistung her, durchaus bevorteilt. Aber das ist natürlich auch so, dass wir den Schneider überhaupt nicht fließen. Da kann man also durchaus irgendwie fallen, was man da konnte. Wortschneider sind einfach mal auf. Kann sein, sieht aber eben nicht so aus. Macht aber gar nichts, was kann man in diesem Jahr die DTM gewonnen hat. Das ist eben bei mir der Ausgangsgefahr bei dem Feld war. Auch dann wird er maximal nur ein 5,5 Kilo angeholt. Denn es ist auch gar nichts im Renten. Und heute in Berlin. Das ist vielleicht zweimal Südreich. Zweimal zweiter Arbeit. Er hatte sie gebacken in St. Louis in Ostau. Und dann hat er eben bereits bei der NMT 15 von 18. Ein Punkt oder so weiter nach Hause gebracht. Das ist dann der Käse. Der Ton der Schriften. Auf der Deutschland. Die Macke. Während seiner Zeit. Würde ich als andere sagen. Der hat sich immer darüber Gedanken gemacht. Wann ist mein nächster Meister? Der hat sich völlig 95. 2000. 2000. 2000. 2000. Der hat sich versucht zu machen. Das sind die DTM 97. 98. Natürlich. Die DTM 97. Der Klärchen. Die DTM 97. Die DTM 98. Die DTM 97. Die haben nach wie vor von den Gassen nichts anlassen kann. Und das ist auch gut so. Den werden wir auch in diesen Jahre. Der Gärchen auf dem Lagen des Kolumbensportes. Wer hat das wahrscheinlich beschreibt. Da steht, wo er da schiebt, er hat das seiner Zeit bewegt, auf der er ihn drückt, ist ein bekamter Mann im Schwabenland und Pascal Wehrlein. Wir haben das nicht vergessen, das ist natürlich ganz klar, links zu Fleisch und Blut, hat übergelassen. Hat der Lewis Hamilton auch vor dem Lauf gesagt, I think you want to get, ich denke, er will gut sehen. Aber war natürlich etwas übertrieben formuliert. Der Lewis Hamilton, der Lewis Hamilton, der Lewis Hamilton, der Lewis Hamilton hat, und er hat gesagt, er hat diesen Platz, er macht er ja ausnahmsweise eine Einbezugnahme der Schattenbegrenzung, er ist ja immer noch geantwortet, er hat das auch gemacht, er hat ziemlich geantwortet, er ist dann quasi auf einem Körbchen gestrandet, er kam das Auto noch nicht mehr weg, fast der Freude beim Abrufen hat, es ist eigentlich gar nicht so ein Geschirr, Freude des vieles Spaßes am Job, den Lewis. Das machen! So, neuerlich Reifengummi, da sind noch richtige Wolken dabei. So, ich glaube...